Ja, nur. Nur. Ich bin voll heiser irgendwie. Ich hab eben voll mitgesungen. Bei Hey Ho oder was? Nein! Bei Voice of Germany. Ich hab doch das aufgenommen vom 17.10. Das ist schon ein bisschen... Ja, hab ich eben geguckt. Das ist ja ewig lang her. Ja. Da kam der Song bestimmt so... I'm still only... Ja, so ähnlich. Ja, so ähnlich. Ja. Na 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 na. Wieso geht das nicht los? Geht's noch? Guck mal einer an, Mensch. Oh mein Gott, ich muss die Klasse sehen. Mein Kindes. Aber Tremic hat übertrieben wenig Schuss. Du musst vom Ding her dieses Perk mitnehmen mit maximalen Munitionszeugs. Ja, danke, dass du mir das sagst. Kein Problem. Hab ich jetzt gemacht. Immer wieder gern. Und Schlittern. Und Schlittern. Geiles Schlittern. Oh, rechts außen, rechts außen einer. Was, da bin ich? Ich hab ein bisschen Angst, ne? Oh, hab ich. Hast du ihn oder das? Ja, aber ich trau mich nicht zur Marke zu gehen. Da ist noch einer, ich hab mit. Da ist noch einer. Hast du den auch? Noch einer. Zauberzauber. Abschluss bestätigt. Abschluss bestätigt. Abschluss bestätigt. Ein Dreier? Mensch, du... Da vor mir! Ich hab ihn geklaut. Hast du ihn geklaut? Ich hoffe, ich hoffe. Ja, ich hab ihn geklaut. Und du hast Rampage geklaut. Ach, zum Glück, ey. Mein Aim war nämlich like Nubilein. So links ist er wieder nach rechts. So wieder nach links. Okay. Halt! 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 Ich mach jetzt erstmal die Gegnerstunden. Boah, ja. Kann ich das nochmal? Start! Start! Und alle aus dem voll, ne? Ja! Das mitgeraar! Die Mitte. Soll ich nochmal diesen Weg gehen? Ja! Ich bin ich alleine. Ich hab ne Drohne im Start. Ich noch nicht, ich noch nicht. Warte noch. Ich hab's schon. Achso. Ist eh ne Verbindung aktiv, höre ich gerade. Aber hier ist doch gar keiner mehr. Oh, rechts außen. Oh, da oben auch. Ich hab'n Hund. Ich hab'n Hund. Sind wir da rechts außen? Nein! Nein! Ich bin tot! Oh, was? Da rennt einem Gegner vorbei und killt mich? Ne, Mann. Da sind noch zwei Stück rechts außen. Ja, das kann sein. Ich bin tot und du bist tot. Ach ne, du bist gleich tot. Warum bist denn du nicht tot? Loka steht am scoren. Guck mal einer. Oh, guck dir das an! Mein Hund hat sich Flash. Ist er Flash. Guck in die Hand da! Jucki! Das war so süß! Hat er gleich zweite geholt? Ja, Mann. Der hat Raw gemacht, da. Rawr! Rawr! Jucki jetzt Rawr! Und du hast den gesehen, den Hund, ne? Jetzt bist du ganz hibbelig. Verstanden. Was? Das hat er ihn gesehen jetzt. Geh mal rechts! Da sind noch viele. Also einer. Der kommt von unten! Also einer! Lol! Warte, ich hab die Idee! Andere Waffe? Alles klar. Hab ich. Reifern oder was? Ja. SVU. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Hast du schon einen gesehen? Nein, ich bin sehr weit hinten. Einer kommt rechts außen lang. Hab ich. Fall in the cop. Rampage. Oh, da war noch einer. Ich hab immer einen gedroppt. Der holt meine Marke. Nein, rettet nicht! Oh, nein! Oh, nein! Oh, ich hab noch rechts was liegen. Alles gut. Ich bin tot. Boom. Exakt. Ich hab noch rechts was liegen. Ja, sag ich doch. Ich hab doch noch was liegen. Ich hab doch noch eine Überraschung. So, dann wollen wir die Remington ausführen. Remington ist gut. Hattest du dich noch nicht? Was hattest du denn? Ne, ich hab doch gerade mit der MP bin ich lang gerusht hier. Mit der Bison. Oh, nein! Oh, nein! Irgendwas, oder? Boah! Rechts. Ja, ich kann das nicht ordnen bei diesem Spiel. Das geht nicht. Doch nicht. Ja, das ist... Mit diesem Stereo-Kack-Ding ist das nicht so praktisch. Ich muss mir mal irgendwie... Ich muss mir mal irgendwie was anderes zulegen. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Aber... Ähm, hier. Aber wir haben die Runde verloren. Ja, wegen Loki. Da stand ja wieder nur rum. Ne, aber... Kack-Dopp! Er hat 0-1. Ja, der stand auch nur rum eben. Ich hab drei Kürz. Du hast neun. Du bist so kacke! Oh, hast du dann schon wieder neun? Ja, benutzen wir Remington. Dann hast du nämlich erstmal keine... äh, Immomitionen mehr. Kommst du links mit? Ja. Aufmarsch, was ist egal. Ich hab Schnippa. Also SVU, das ist ja eigentlich eine Fahre, oder so. Oh, super. Right out! Das Ziel zerstören! Oh nein! Ja, übel! Oh nein! Ja, übel! Ich bin ganz links. Oh, hier ist das so schön hier unten. Ist das schön. Wer ist das? Ich hab einen da. Nein! Von rechts! Oh, meine Marke! 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 Ich weiß nicht mal wo. Ich weiß nicht mal wo. Ich weiß nicht wo du auch bist. Ach, Wurst. Toll, meine Marke ist schon weg. Ja, ausgesehen. Oh, die Remington ist voll behindert. Locker vor, der hat erstmal gemettert. Der steht immer noch auf dem. Was macht denn der Kampfkogel, alter? Er hat's glaub ich nicht gemerkt. Warum bist du schon wieder tot? Ja, weil ich da gekämpft hab alleine. Oh, Mensch. Allein! 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 Mit der Remington kannst du hier nicht spielen aufhundert. Oh, die ist nicht schlecht. Don't cam! Ach, das deckst du sie, weißt du. Ja, er ist gut am stratzen eigentlich. Er ist immer am schlittern. Der Kackvogel. Ich hab so'n Claymodding mit. Die sind voll episch. Die macht Bumm und tot. Komm. Ah. Ja. Die Gebirge sind schon da, ne? Ah, hab ich gesehen, hab ich gesehen, hab ich gesehen. Hey, battle. Hey, battle. Ich bin allein. Hey, fuck. Gott. Also links, wollte der mitkommen jetzt so? Wer? Ich hab da einen angehüttet. Abschuss bestätigt! Oh, da ist ein Hund! Oh mein Gott! Oh, ich hab'n Hund getötet. Du Sack! Hinter dir! Oh, ich hab'n Hund getötet! Ah, der hat mir ne Marke. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin gleich dort! Ich hab's gesehen. Alles draus! Ich weiß gar nicht, wo der sein soll. Ist der neben mir schon? Oh! Ne, da ist der. Ja, nach vorne. Ah, tja. Wohlang ich kratzt, Mann. Voll behindert. Wir haben die Runde verloren, aber nicht den Kampf! Ha, Flo! Haha! Was ist da aus? Ja, dann sollen die mal mitkommen, Alter. Auf'n Spot. Die hören uns halt nicht, ne? Ja, aber die sehen auch, wo die Pumpe da sind. Ja! Dank des! Jetzt noch mal einen Spot, da. Ja, B ist cool. Ich nehm auch andere Warten. Ah, Remming. Ramongtron. Ramongtong? Ramongtong. 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 Oh, oh, oh! Das Ziel zerstört! Wir haben die Bombe! Ja, Klero, ne? Der kriegt nie die ganze Zeit die Bombe, ja! Oh, oh! Oh, geschützte Feinde! Oh, was ist da los? Hier ist schon Action! Folg dir mal einfach, ne? Ja, ja, mach mal. Oh, was ist denn hier? Oh, fuck! Der hat mich immer hingehofft. Es klappt für drei Teile. Es klappt. Ja, das ist krank. Das ist, äh, ja, Dreigeteiltheit. Zusammen gehen wir hier so rum. Oh mein Ohr, Juck. Oh mein Gott, Juck. Mein Ohr. Hier. Na, besser als der Fuß. Gelegen. Klose ab. Gelegen. Der wird nicht eliminiert. Von vorne. Vom anderen Spot. Der hat mich hierhin gecampt. Der war volles Fund. Aber ich treff nicht, wenn ich camp. Ja, vielleicht heute schon. Treff nicht, wenn ich camp. Eklig. Rampage. Weißt du gar nicht, wo ich hingucken soll, Alter? Doch nicht. Zur Bombe? Wir liegen in Führung. Sauber. Ausgezeichnet Team. Bereit machen für die nächste Runde. Ausgezeichnet Team. Bereit machen für die nächste Runde. Der wäre voll zu mir gekommen. Hä? Der wäre voll zu mir gekommen. Nee, Bullshit. Ich saß da links doch hinten in der Ecke. Herrlich. Ach die Scheiße. Er ist verloren. Wie willst du ein Kill machen mit der Raming Squad? Das ist bestensvoll. Ich hau da wieder eine Claymore hin. Das ist zu episch. Die Clay sind eh alle geboten. Die sind so overpowered. Egal. Die Nades sind viel zu schwach, finde ich. Aber muss ich sagen. Die machen ja nichts. Die kratzen dich vielleicht so kurz an. Muss ja schon drauf stehen, damit die irgendwie... dir was tut. Ja. Hier, der strattet einfach durch die Mitte da. Sehe nix. Hast du rechts was gesehen? Nö. Der hat nen Hund. Der hat nen Hund. Dann spawnen Richtung B. Drei Stück übrig. Ich komm hier nicht mehr weg. Der Volk hat einen. Der eigene rennt weg. Das ist gut. Ihhh. Ja, aber der stirbt nicht. Flo und ich sind noch am Arsch der Heide hier hinten. Also bei deren Spawn irgendwo. Abschluss bestätigt. Wir müssen hier beim A-Sport sein irgendwo. Na. Oh, ich höre nen Hund. Aber wo? Und von wem? Mein Gott. Der hat ihn verfleischt. Der hat ihn verfleischt. Ja, aber wo? In dem Haus, oder is? Ja, da wo die rote Marke ist. Wo denn? Wo ist das Ziel? Da. Drinnen in diesem... Kapuff. Schöne Beschreibung. Ja, der war hier. Kommst du hier nicht raus, oder? Der kommt zu B. Oh. Oh. Oh mein Gott. Wer hat denn da gepennt, ey? Alter. Flo-Car. Ah, nee, Flo, ey. Alter. Kam der da aus seinem Kapuff raus. Guck mal, die Frau fällt um. Oh, woher nicht. Ja, ich habe genauso geschaut. Sie habe mich richtig verjagt, als ich rauskam. Ich war aus seinem kleinen Loch da, ey. Herrlich. Herrlich. Oh Gott, ich bin so ein Noob. Was, müde? Ich bin auch... Noob. Ein Noob, ich bin nicht müde. Ich bin nicht müde. Ich bin nicht müde. Wer ist denn müde?